Für die eine Person wird es das Richtige sein, das Dessert zu essen, vor allem, wenn sie zunehmen muss oder zum Beispiel daran arbeitet, die Angst vor bestimmten Lebensmitteln loszulassen. Für eine andere Person kann es besser sein, das Dessert wieder wegzustellen und stattdessen Atemtechniken zu machen, vor allem dann, wenn Essen häufig als Kompensationsmechanismus bei Emotionen dient. Für manche kann es hilfreich sein, ein Walking Pad und eine Schrittezähleruhr zu haben, vor allem, wenn der Alltag sehr viel von Sitzen geprägt ist. Bei anderen kann das Ganze aber den Bewegungszwang fördern und ist somit nicht das Richtige. Für manche wird es die richtige Wahl sein, Gemüse zu den Mahlzeiten zu ergänzen, vor allem, wenn die Ernährung generell eher nährstoffarm ist. Für eine andere Person ist es vielleicht gerade sinnvoller, weniger Gemüse zu essen und stattdessen zum Beispiel mehr Nudeln oder mehr Reis, vor allem, wenn sich diese Person gerade im Untergewicht befindet und die Kalorien erhöhen sollte. Für die eine Person wird es richtig sein, sich Motivation zu suchen und diszipliniert zu sein. Für andere Personen wiederum ist es vielleicht nicht das Richtige, weil sie schon von einer Art Sportzwang betroffen sind und vielleicht kurz vor dem Übertraining stehen und somit lieber häufiger mal einen Restday machen sollten. Es gibt nicht nur den einen perfekten Weg zur Gesundheit. Was für die eine Person das Richtige ist, das ist vielleicht für eine andere Person gerade genau der falsche Weg. Soiu – die möchte ich auch für eine andere Person wiederum bezpiecher! Bis dann?